Oh Baby, it's back! Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück beim neuen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar bei Bayonetta 2. Ich höre mich zwar noch ein bisschen nasal an und ein bisschen crank, aber das soll euch keinen Abbruch tun, hoffentlich. Ich hatte nämlich schon die ganze Zeit Bock, dieses Spiel zu spielen, und jetzt nehme ich mir das Ganze endlich mal vor. Ich habe es nämlich schon seit Ewigkeiten hier bei mir auf dem Tisch liegen, kam aber zeitlich noch nicht dazu, das Ganze anzugehen, aber wir werden das jetzt definitiv durchziehen. Weil ich habe Bayonetta 1 bei mir auf dem Kanal schon gezockt, das ist jetzt auch schon busy her, paar Jährchen, und ich wollte den zweiten und den dritten Teil gerne mal nachholen, um die komplette Story mich aufzusaugen. Weil es ist von Platinum Games und es ist einer meiner liebsten Videospielentwickler aus Japan, und ich mag die sehr. Das, was sie tun, vor allem Bayonetta, die Trilogie, wie man so möchte, ist für mich persönlich das absolut Beste, was die bisher abgeliefert haben. Ich mag es sehr, und deswegen dachte ich mir, okay, wir gucken uns jetzt mal den zweiten Teil an, bevor wir mit dem dritten Teil starten, chronologisch. Und dann legen wir los. Ich habe vorhin mal kurz reingespielt, um einen Sound zu testen, weil ich habe gemerkt, die Stimmen sind etwas leise, das lag daran, dass die Switch auf Surround gestellt war, worum auch immer. Und das habe ich jetzt geändert, und jetzt starten wir ein neues Spiel, ich werde den Spielstand löschen, und dann legen wir mal los. Automatische Speichern ist okay. Und wir nehmen den Story-Modus, und ich sage, wir machen das Ganze auf normal schwer. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da durchzuquälen, um ehrlich zu sein, also gerade ist es mir ehrlich gesagt nicht danach. Auch wenn ich da irgendwie Bock drauf hätte, aber nee, ich bin im Bayonetta halt einfach nicht mehr drin, deswegen lieber normal. Damit tue ich mir und euch einen Gefallen, wenn wir nicht zu lange an irgendwelchen Kämpfen hängen. Und wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Einstieg. In einer Welt von Licht und Schatten, in der sich die Zeit unendlich widerspiegelt. Der Mond? Ich mag ja den Artstyle für Platinum Games echt super gerne. Auch so allein das Design der Engel in Bayonetta und... Ja, die komplette Choreografie dieses Spiels, ne, die Action. Es ist halt einfach alles so übertrieben japanisch, und ich finde das einfach so, so, so geil. Ich feiere das einfach nur noch. Die Legend von A.C. Eine Legend von dem Tod der Zeitung. Niemand weiß, woher die Welt kam. Eine Herausforderung hat die Trinität der Realität gespftet in drei Räume. Licht, Schmutz und Chaos. Obviamente, unser Welt war der Welt von Chaos. Die drei Welt haben alle Rulern. Die meisten von uns, unsere. Und der, der Rulern der Chaos kam, wurde als A.C. Immer wieder Zeit, ein paar Engel zu verprügeln, ne? Ich versteh nicht, wie man das hier nicht geil finden kann. Das ist einfach so übertrieben Hammer. Sie fällt runter, sitzt dann auf einmal in einem Mech drin. Was zum Teufel, welches Spiel macht sowas? Ein westliches Spiel wird sich das nie trauen, so übertrieben zu sein, einfach. Einfach so diese Balls zu haben, einfach zu sagen, ey, es springt eine sexy Frau, die gerade von irgendeinem riesigen, was auch immer, runterfällt in irgendein Mech rein. Und damit auch noch die ganzen Arm & Core Fans aufzuholen. Es ist einfach, es ist einfach so geil. Ich lieb's einfach. Man versteht überhaupt nicht, was abgeht, aber es ist einfach so gut. Was ich leider ein bisschen so bedauere, muss ich ja sagen, ist, dass Platinum Games da irgendwie bei Bayonetta so ein Exklusiv-Team mit Nintendo abgeschossen hat. Dass Teil 2 und 3 halt auf der Switch festhängen, beziehungsweise Teil 2 gab's ja noch für die Wii U. Ähm, und somit läuft das Spiel leider nur in 1080p. Ich würd's gerne, ehrlich gesagt, in 4K spielen. Besseren Texturen und allem drum und dran, klar, der Radatsch. Aber dafür müsste das Spiel halt auf einer stärkeren Hardware laufen, aber das tut's leider nicht. Ich hoffe ja immer noch auf dem Switch-Nachfolger, dass man zumindest in 1440p und vielleicht mit 120Hz spielen kann. Das wär schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ja. Ich mein, der Fokus der Switch ist ja auf Mobilität gelegt und das verstehe ich auch komplett. Boah, bei so Action-Blockbustern wie Bayonetta, wo es auch eine PC-Version gab, die einfach so viel geiler aussieht und so viel smoother läuft. Ist halt echt schade. Vielleicht wird's irgendwann nochmal ne Bayonetta-Trilogie für den PC geben oder so. Ein Bundle. Aber, ja, leider ist der erste Teil und der zweite. Äh, ne, nur der erste Teil auf dem PC erhältlich. Der zweite und der dritte auf der Switch. Beziehungsweise der zweite auf der Wii U halt noch. Und der dritte ist halt nur exklusiv für den Nintendo Switch. Well, at least you're the silent type. The last Sage I met spent 20 minutes rambling on and on. What? Bayonetta 3 hätte auch für so einen kleinen Shitstorm gesorgt, bezüglich der Synchronsprecherin, weil die ja dann ausgetauscht wurde. Aber ich muss sagen, die Synchronsprecherin, die man jetzt hier in Bayonetta 1 und 2 hört, die ist echt gut. Ja, die macht den Job fantastisch. Ich hab Teil 3, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber hol mir auch noch nach. Ich hab den auch noch hier liegen. Aber wir machen uns das Ganze erstmal, wie gesagt, chronologisch. My dear, sweet child. At last, you have fulfilled your promise to me. Fear not, for I am always watching over you. But the right eye of light was lost from the world forever, along with its possessor, the last of the lumens sages. Echsenwerk vollbracht, alles klar. Okay, das war hier Memento der Zeit, das Ende. Wir beginnen quasi mit dem Ende und jetzt folgt der Anfang. Dann gucken wir mal rein. Bin gespannt. Und dann gucken wir mal rein. Die Regierung hat eine Team um zu investigieren, die möglichen Wurzeln und starken Wurzeln, die durch die Region stattfindet. Die Officiere jetzt versuchen, die Wurzeln von diesen Wurzeln herauszufinden, als sie nervös sind für die Antworten. Unsere Speciale Report auf die Region des Zastens, Major Unleashed, weiter nach diesen Wurzeln. You know what I need? Some heels without guns. You don't mind if we make a quick stop, do you? Do you know what day's coming up? Here I was shopping, minding my own business, then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't pay me back for the car. Hey, whoa! Now, now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you. For free, my dad. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my legs, sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you could off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you. Shit. But if it's that, I get torn limp from limper eternity in whatever circle of Inferno you witches go to if you break the contract. Forget about it. Hide off the fucking wing bastards all damn day. Oh, hey! What the... But what the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second. I ain't done here. If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city. And what is it that you came to fetch, my dear? Eh, real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear that fucking Enzo. Man! 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 You always know how to make an entrance, John. A rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza. You haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in Lighthouse. The annual holiday parade is being held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities. Set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. We're willing to help now to lose the 50-year parade and they break all 10 Demons records. Whoa, shit! The Platinum Stars. Crap. We need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. What's the matter with you? I told you what I'm after. A jet. I want a toy jet. You know, the kind with wings, flies in the sky. No, I'm not buying any damned angels. Yellow, blue. I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards. You hear me? Just a normal damn jet. Please. You hear that? I want one of those. The thing's flying in the air right now. That's the one. That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon. Just hurry up and put it in the box, will you? You know, I try to avoid doing this in my Sunday best. Come on. At least your lot still knows how to make an end. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. ist das denn, Alter? Das ist das übertriebene Anfang. Es ist ja so abgefuckt geil. Guck sie an. Da kommen Engel und sie... Alter. Faminetta springt einfach auf den Jets drauf. Zeitlupe zieht sie sich um, verprügelt Engel, während sie auf diesem Jet kämpft. Was zum Fick ist hier los? Wie geil ist das denn bitte alles? Alter, ich liebe es. Es ist so cool. Dieses Spiel kann mit der Berührungssteuerung gespielt werden. Probier es doch einfach mal aus. Ne, danke. Ich habe den Switch Pro Controller. Das geht damit besser. So, X. Um einen schnellen Schlag auszuführen. Zaubern. Weiter. Arm zu treten. Kombinierere X und A verwährende Kombos. Der war auf einmal kaputt. Ah, neuer. ZL, was ist bei dem Controller? ZL. Ah, okay. ZL habe ich gedrückt, ja. Ich muss zusammendrücken. Achso, in die Richtung. Wir gehen es mir zu schnell kaputt. 1, 2, 3. Inhalten. 1, 2. Inhalten. Gut. Vierer Combo. 1, 2, 3, 4. Und treten. Okay, Schlag, Schlag. Tritt. 1, 2, 3. Inhalten. Und Schlag. Ne, ist noch nicht richtig. Okay. Okay. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Okay, genug geübt. Ich denke mal, das kriege ich hin. Schießt du während deiner Kombo auf den Gegner, indem du X oder A gedrückt hältst. Das Ausweichen ist halt wichtig. Oh ja. Ah ja, okay. Hexenzeit, war ich im letzten Moment aus. Geht immer wegen sich vorübergehend in Zeitlupe. Ich liebe dieses Feature dieses Spiels. Hexenzeit, das ist so geil. Okay, let's go. Ah, da geht's. Ich muss mir so die wichtigsten Basics klären, um zu kämpfen gegen die Gegner hier. Eilingenschein, ein sehr seltenes, spirituelles Metall, das die Essenz der Lebenskraft eines Engels enthält, kommt bei Geschäften im Entferno zum Einsatz. Und sie sehen trotzdem aus wie Sonic-Ringe. Immer noch. Als ich das erste Mal bei Nitter gespielt habe, dachte ich so, ah komm, Alter. Ist das von Sega? Das sind die Ringe von Sonic. Eilingen. Das ist warum ich nichts haben habe. Watch your mouth, Enzo. Don't want anyone offing you for sandwich before you pay your time. I'll be fucking leaveable, Doc! Monster! 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 I believe! I believe! I fucking believe! Beautiful. Now, it's time to be noted. Umbra Climax. Jawohl, da ist es wieder. Fülle deine Magieanzeige, in die du Gegner angreifst. Drücke L. Setze so die gesamte, äh, gesammelte Magie ein, um atemberaubende Spezialangriffe auszuführen. Umbra Climax erlaubt es dir, eine Serie von Höllenflechten zu entfesseln. Das können wir auch noch aus dem Vorgänger. Das würde bingere Frage einen blanken, oder? Wenn du neigertal aus all TAN! Der ist eine Sch courage in die Nähe responsibilities und Sie Québec hält auf den auf. S-1! Both ihr macht auch mich nicht hell ihm leicht für Alles. Ich habe auch eine W rom Petersflbridge. Im Ihr eine Sch为 ml. Bede 봐요. Der kann eins Thank you sow envie in guy downward. Ich bin ein Mensch excerpt. Es ist so gut! Ich liebe es aber wie dieses Spiel einfach ein Videospiel ist. Ohne eine politische Message, ohne irgendwas anderes. Es ist einfach ein fucking Videospiel. Es schämt sich nicht davor ein Videospiel zu sein. Chat, jetzt habe ich gelabert und nicht aufgepasst. Sorry, mein Problem. The Shadows Remains Cast. Normal. 800 Gigaton. Der Kopfloße Engel. Da wird einfach ins Gebäude geschmettert. Ach komm ey, es ist so gut. Was ich noch sagen wollte ist, ja, es schämt sich nicht dafür ein Videospiel zu sein. Um übertrieben zu sein auch nicht. Guten Tag. Seid ihr hier zufällig richtig? So close. Aua. Bin ich getreten, die Sau. Ich bin ein Lorbeer. Ein Lorbeerförmiger Edelstein. Die Vitalessenz in kristalliner Form enthält. Füllt die Lebenskraft bei Erhalt sofort wieder auf. Ah, sehr gut. Genau das, was ich gebraucht habe. Weg mit dir. Die spawnen ja unendlich ey. Gotcha. Ich kriege erstmal ein Stiefel ins Gesicht. Das war die Umbra Power. Ja, Tastenbelegung auf der Switch. Schaden minus 1500. Come on. Das ist wahrscheinlich nicht nur, weil ich Schaden erlitten habe, sondern weil ich gestorben bin. Believe. Komm mal ein großer Zeit zum Spielen. Ich muss mir ja bei so vielen unterschiedlichen Tastenbelegungen immer merken, wann muss ich was auf den Controller drücken und da Sony, Microsoft und Nintendo unterschiedliche Tastenbelegungen haben. Alter, was zum Teufel. So, ich muss ihn hauen. Okay, warte. Ich komme. Ich komme. Weg mit dir. Wow. Okay, das kann mich überraschen. Ich bin. Ich bin. Warte nicht. Auf geht's. Man checkt überhaupt nicht was abgeht. Es ist einfach so wild. Es ist so geil. Ja, Bayonetta 2 kann man auch zu zweit spielen. Ich glaube, der andere Spieler kann dann Jean übernehmen. Aber in dem Fall wird das von der KI übernommen. In dieser Szene jetzt hier. Ich hab leider niemanden, der mit mir Bayonetta 2 spielt. Bra Climax. Bam Bam. Das hat ihn auf die Bretter geschickt. Au. Der Drachen. Der Drachen. Der Drachen. Der Drachen. Der Drachen. Ich kann den Belegungen nicht auswendig kennen auf dem Controller. Oh, das kenn ich noch. Zerflaschen und zerreißen. Mam, mam, mam. Nur Silber, aber ist okay. Ich bin ja nicht so oft rum der Jagd. Ich will ja die Story spielen. Wenn ich denn mal Bock habe, das maximal aus dem Spiel rauszuholen, dann... Uh! Therapienvertilger. Gamora. Daemon. Die kriegen auch hier keine Pause, ne? Hier, jetzt wurde die von dem Körper getrennt? Ja. Ja. John! No! This isn't how they bent! John! Jetzt. Aber netter als Flügel, das ist ja super. Alter ist das einfach nur noch geil. Aua. Böses, böses Haustier. So close. Get up! Get up! Get up! Excellent. Get up! Almost. Get up! Get up! Is that all you got? Es macht einfach so viel Spaß. Verstrafen! Hast du davon wieder aufmucks? Oh, die Cutscene. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist hier denn los? Das ist ja super. Oh Gott, ich bin so fan von diesem Spiel. Ich liebe es einfach. Ich kann das Spiel einfach nur so durch sein. Ich check's nicht. Ich bin so fan von diesem Spiel. Ich weiß, Rodan. Especially wenn du dich überrascht bist. Sie wissen besser als das. Du bist nicht derart, dass diese Art Summonen aus dem Kontrollen gehen, Bayonetta. Was ist passiert. Der Balance der Macht, die Dinge in Ordnung fühlen, nicht richtig. Sie wissen, sie ist ziemlich heiß für eine totale Frau. Sie waren nicht großartig von ihr, als sie in dem Raum des Lebens. Aber nachdem sie jetzt... Nein, noch nicht ein Fan. Sie ist nicht tot, Enzo. Sie ist richtig, Enzo. Du bist nur wirklich tot, nachdem dein Geist wurde komplett verabschiedet in einem anderen Raum der Trinität. Aber das ist nur ein Punkt von Zeit. Denn ich sehe keinen Weg in die Geist die Geist in der Höhe. Was für die Garten? Die realen Garten der Höhe? Ich kann dich nicht verabschieden, aber ich glaube nicht, dass du eine Chance hast da. Ich werde sehen, was ich tun kann, wenn ich sie auf der Höhe für ein paar Zeit mache. Du brauchst das. Das Herz einer Umberwitch. Die Magik, die sich Yohan lebte in dieser Welt für die Eterne. Sie sollte die Körper in diesem Raum stabilisieren. Aber du brauchst das mit der Geist, wenn du sie wiederholen kannst. Ich denke, du hast ungefähr ein paar Tage bevor es übernommen. Enzo, du hast ein Jet, oder? Was? Nein! Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, nein! Listen, ich verrund das Situation, aber du wirst, was heute ist. Meine Kinder haben meine Küche gebraten für mich bei Hause. Sie warten für mich. Und ich hab noch immer noch gespielt mit Santa heute. Dann aus. Mit der Real-Santa-Santa-Santa-Santa-Santa-Santa-Santa. im Moment über so, was wir weg. Aller los. Ich bin! Dann f Investigate! Hey! Ich bin, ich bin, aber, Ed und Nedna, Sie können ein paar mit einem auf den kleinen Fuchzen verbleibten. Hey! Lassen! 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 Aber! Oder? Ein bisschen, die Mann. Fuck. Seine Bronze zu verhalten, das ist peinlich. Naja, ist wurscht. Ich bin noch nicht wirklich drin im Spiel, da ist es auch irgendwo hoffentlich verzeihbar. Ich bin auch kein Profi in Bayonette, aber ist in Ordnung. Es ist halt so wie die ganzen Hardcore-Leute, die dann halt alles auf Gold bringen wollen. Aber das war es erstmal von dieser Episode von Bayonetta 2. Das war ein krasser Einstieg. Ich bin immer noch geflasht. Immer wenn ich so abgespacede Japano-Action-Spiele spiele, da geht mein Herz auf. Ich liebe es einfach. Und wie gesagt, dieses Spiel schämt sich halt nicht, ein Videospiel zu sein. Es ist einfach komplett ehrlich. Es ist komplett durchgeknallt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß so weit mit dieser Episode gehabt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Video, wenn es dann weitergeht. Wir machen dann mit Kapitel 1 weiter. Und wir haben jetzt erstmal so ein bisschen die Basics gelernt. Und ich bin gespannt, was auf unserer Reise in Bayonetta 2 passieren wird. Begleitet mich hoffentlich wieder auf dieser Reise. Und falls ihr den ersten Teil nochmal sehen wollt, guckt gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link dazu. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Bayonetta 2. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.